Wir präsentieren Ihnen heute ein ganz besonderes Modell. Sind Sie schon gespannt? Natürlich den neuen Mazda CX-5. In diesen Tagen rollt das Fahrzeug zu unseren Händlern in der Benzinerversion. Offizieller Marktstart wird dann Ende April, um genau zu sein, der 28. und 29. April sein. Der Mazda Premierenparty werden wir dann Benziner und Dieselmotor offiziell in Deutschland einführen. Denke ich mal, was uns hier gelungen ist, ist ein klasse Design. Tolle Designsprache für einen SUV in der Kategorie. Und zum anderen natürlich die Skyactiv-Technologie, weil unsere Techniker-Ingenieure haben da ganz großen Wert darauf gelegt, den Mazda-typischen Fahrspaß zu kombinieren mit höchsteffizienten Motoren. Und das bei geringem Verbrauch. Nur einen Wert mal zu nennen, 4,6 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer bei unserem Diesel. Gleichzeitig mit Euro 6 Norm. Das spricht Bände, da sind wir definitiv Klassenbester. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020